Das hatten wir noch nie, dass jemand in einem 3-Stunden-Event nach anderthalb Stunden so viele Punkte hat, dass er uneinholbar vorne ist. Also er hat's gewonnen. Das ist das erste Mal, dass wir so lange vorher der Gewinner schon feststand. Also mit der Leistung von heute, klar, er kann man einen unglaublich geilen Tag gehabt haben, ein bisschen overperformen und ein bisschen Glück gehabt haben. Aber von dem, was wir heute hier gesehen haben, gehört er auf jeden Fall als Top-5-Controller-Spieler Deutschlands. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Oh mein Gott, alter! Oh mein Gott, alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott, alter! Oh mein Gott, alter! Oh mein Gott, alter! Ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausspülen sollte. Ich weiß 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 nicht, wie ich das ausspülen sollte.